hallo ihr durchgelutschten hier sind wir wieder bei playsample und weiter geht es natürlich wieder mit unserer titanic die ein bisschen vernachlässigt letzter zeit und eifeltum auch da muss ich jetzt erstmal ein bisschen jetzt hier was machen damit ihr ein bisschen was zu tun habt so jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen holz ich jetzt nämlich eichenholz und gucken wie das aussieht eichenholz und dann machen wir hier mal ein bisschen was damit ihr was zu tun habt gucken eichenholz oder welches holz nehme ich dschungelholz haben wir noch oder birkenholz ich muss jetzt erstmal gucken eichenholz was mir am besten gefällt das sind tacken dünner dunkler wir entscheiden uns für das das ist eichenholz bretter dann nehmen wir einen weißen stein brauchen wir wieder und dann geht es ab dunkel wird es auch schon wieder meine fresse schnell ins bettchen ist das schon nacht muss jetzt warten bis die sonne auch untergeht dann können wir hier einmal ein bisschen hier was machen so zeige ich euch das erstmal hier und da ist ja das schwarze dann machen wir jetzt mal ein bisschen weiß einfach stumpf weiß tack 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 und rand damit ihr schön ein bisschen was zu tun habt dann mache ich heute noch Eiffelturm ein bisschen damit ihr erst mal ein paar aufnahmen wieder habt dann muss ich erstmal gucken beim Eiffelturm da habe ich ein kleines problemchen das bin ich noch am rumtüfteln so machen wir hier weiß einmal so lang ich sehe jetzt fast gar nichts mehr so eine kacke jetzt kann ich schlafen gehen damit ihr auch mal ein bisschen was seht so ein neuer tag jetzt sehen wir schnell komm bewegt dein arsch hier so hier überall da wo er schwarz ist machen wir weiß aber das ist noch nichts besonderes zack hier auch gestern hatten wir eine diskussion mit trischula 22 mit äh mit empire state building er hat ja quasi gestern kam die diskussion da kam jemand in der party mit denen ich mal borderlands gespielt habe und der hat gesagt ich habe ihm quasi waffen gegeben die trischula nicht besaß und er sagte trischula jetzt stellt er das erstmal ein muss hier erstmal ein bisschen lecky lecky machen aber es ist ja trischulas projekt und wenn er das nicht baut müsst ihr schreiben trischula 22 bewegt deiner arsch und bau das ding mit da reinschreiben trischula 22 bewegt deiner arsch so ihr habt das quasi jetzt weiß gemacht und jetzt ist ja hier quasi diese kante jetzt machen wir erstmal hier vier steine hoch der ein haben wir ja gemacht komplett dann moment zwei drei vier so das könnt ihr eigentlich überall machen vier stück hoch aber ich mache jetzt hier nur eine seite so ein bisschen das wird jetzt quasi das vorderdeck hier 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 so dann geht das immer so weiter das lasse ich jetzt erstmal das jetzt uninteressant so interessanter wird das jetzt hier das machen wir jetzt quasi so dass wir eine stufe machen hier 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 eine dreier stufe entsteht machst du das hier zu so muss das aussehen und hier den ihr seht ja quasi die stufen 1 2 3 und dann hier machen wir den verlängern wir dann verlängern wir hier und dann da ein hin und immer so weiter und dann machen wir hier das gleiche wieder eine stufe das heißt so da ein hin äh genau so haben wir schon wieder eine zwei drei so machen wir hier noch ein bisschen länger weiß check 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 so jetzt machen wir hier da wir quasi das nicht direkt so hin machen machen wir das hier wieder weg das quasi die decke ist das von äh von der dritten klasse das macht er dann auch hier bis hier in die ecke da wo die stufe beginnt nächste stufe und hier machen wir weiß das hier einmal komplett bis hinten hin bis wir da angekommen sind aber das mache ich jetzt nicht komplett hoch nur ein Stückchen damit ihr seht wie das aussehen soll so dann mache ich jetzt nur so ein Stückchen weil da kommt noch eine Leiter hin und dann fangen wir dann bei der nächsten Folge mit der ersten Klasse an so das habt ihr jetzt so weit gebaut so muss das aussehen und dann geht das immer so weiter und dann kommt die nächste Abtrennung das heißt jetzt quasi wir suchen uns auch mal welche Länge wir nehmen wir haben jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreißen vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn jetzt muss ich mal gucken ob das so passt das geht achtzehn wir nehmen achtzehn Steine das heißt jetzt quasi hier machen wir komplett Holz und hier ist dann die Abtrennung machen wir hier weiß hier macht ihr dann auch quasi erstmal weiß das macht er aber nicht so hoch oder auch vier Steine ja macht er auch vier Steine vier Steine hoch komplett eine Mauer zack und das lässt er ja nur einser dann haben wir hier hier machen wir noch einen kurz hin damit ihr euch ungefähr seht wie das dann aussehen soll zwei drei vier so und das geht dann bis hinten hin und das könnt ihr auch erstmal so lassen das ist ja uninteressant da baue ich ja noch was hin auch wieder bis hinten hin hier das weiße aber das bauen wir ja wollt ihr ja noch nicht sehen ihr wollt ja ein bisschen was bauen damit ihr was zu tun habt so hier machen wir jetzt quasi komplett Holz 18 Steine haben wir jetzt genommen die Nudel war komplett hier durch und dann hier zack 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 ja und Empire State Building müssen wir uns überraschen lassen von Trishola 22 natürlich ne aber ich schätze mal er baut das jetzt heute mit mir wieder heute Sonntag und ich habe jetzt wieder Zeit mal ein bisschen zu zocken und dann muss ich auch ein bisschen was für euch da hin machen Eiffelturm mache ich heute auch noch habt ihr zwei Folgen wieder von Eiffelturm und Titanic und bei dem Eiffelturm zeige ich nachher euch erstmal das Problem was ich habe so das hier macht ihr komplett bis hinten hin und die Seite wisst ihr ja hier rum da habt ihr ja abgetrennt und dann machen wir hier hier machen wir komplett wo ist der Zweier jetzt muss ich selber mal gucken da sind zwei Stück wenn ich den jetzt hier weg mache ja einen macht ihr weg und da macht ihr das Holz hin hier das gleiche Holz hin Holz hin und dann komplett das ganze deckt damit zu ballern mit Holz hier vorne da unten da bauen wir noch was hin aber so weit sind wir noch nicht das ist eure Aufgabe auch bis hinten den Holz machen komplett hier dann müssen wir noch haben wo ist das den Gartenzaun hier den hier Eisengitter knallen wir mal da hin und das Eisengitter machen wir dann hier komplett so das lassen wir mal frei dann nehmen wir mal eins zwei drei vier fünf so und dann geht das hier weiter machen wir das mal drei Stück frei und dann geht das hier so weiter sehr soweit geschnallt und dann müssen wir ach so dann ist ja noch ein müsst ihr quasi noch ein Stein vormachen ihr habt ja jetzt quasi immer hier bis hierhin die Steine gemacht da müsst ihr einen immer vormachen weil wir müssen ja quasi das Geländerloch hinbauen so dass das Geländer immer so um die Kurve geht wie hier so jetzt da haben wir einen Stein hingemacht dann können wir jetzt wo hier hin machen wir wieder weg komm schon zack und hier so muss das dann aussehen dann geht das komplett so rum da einen hin und das Geländer so das ist jetzt quasi das Oberdeck oder was das ist so muss es aussehen dann machen wir hier ein paar Fensterchen rein die könnt ihr euch aussuchen wie ihr die machen wollt ich mache jetzt quasi eins zwei drei beim vierten dann eins zwei drei da einen rein also hier zwei Stück habe ich jetzt gemacht und dann jeweils immer am Ende machen wir einen hin da einen freilassen zack zack und da kommt quasi eine Luke hin jetzt haben wir das gebaut also jetzt ein paar Sachen zu tun so wir haben jetzt quasi die Steine jetzt hier genommen was haben wir gemacht fünf Steine drei Stück haben wir freigelassen vielleicht reichen auch zwei ich muss mal gucken wir nehmen jetzt quasi äh Holzstufen jetzt hatten wir Eichen ja Eiche dann nehmen wir das weg und dann machen wir mal mal gucken ja drei Stück reicht drei oder zwei ich weiß es nicht ich nehme drei und dann muss ich das ja so hinbauen oder was aber das ist ja quasi auch Kacke wir machen das hier wieder weg dass das quasi nur die Stufe ist schon wieder dunkel ey wie schnell das geht so muss das aussehen ich weiß nicht ob das jetzt zu groß ist ob wir ob wir jetzt einen und Zweier nehmen ja wir nehmen Zweier weil drei Stück ist ein bisschen zu groß dass ja hier kein kein Kino oder was wieder hochlatscht so dann machen wir hier noch einen hin so soll das aussehen so jetzt kann ich wieder schlafen obwohl ich nicht weiß ob das so schnell geht ey die Zeit schon vorbei oder was Moment ich gucke mal eben auf Uhr wenn ich penne 13 Minuten gut in der Zeit ich mache das Video eben kurz und knackig damit ich das auch wieder schnell hochjodeln kann ja das war jetzt quasi die erste Aufgabe die ihr jetzt wieder habt das erste hier vorderdings ja wir machen hier drei Stück drei Stufen äh zwei Stufen war das jetzt zwei Stufen und dann ihr habt jetzt quasi jetzt gesehen wie das gemacht wird einfach nur wieder so rum die Abtrennung habt ihr komplett hier Holz zack 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 dann kommt hier noch der erste Mast hin und noch andere Sachen und dann ist quasi hier wo jetzt hier die Abtrennung ist da fängt dann die erste Klasse an und auch hier ähm wo der Captain steht wie das jetzt heißt weiß ich auch nicht ach so hier hab das habe ich noch vergessen das machen wir auch noch und dann ist der Arsch ab komplett Arsch ab hier müssen wir nämlich auch wieder eine Stufe machen dass das einigermaßen passt so das passt jetzt ne ja so muss das aussehen so und dann zack wieder hoch genau und dann haben wir hier machen wir kein Geländer dahin hier machen wir erstmal keinen Sinn ich weiß nicht weitere Instruktionen bekommt ihr beim nächsten Video aber da habt ihr jetzt quasi erstmal wieder was zu basteln so muss das aussehen so macht ihr das so liebe ich euch dann würde ich sagen baut erstmal so weit das erste Deck hier vorne und dann die Abtrennung und dann fängt ab da an die erste Klasse hier fängt die erste Klasse an also wird das schon noch größer das wird ein Monstergerät auf jeden Fall baut das erstmal hier so wie es ist ihr habt ja gesehen komplett rum und dann würde ich sagen ihr durchgelatschen wir sehen uns wieder bei Play Sample beim Eiffelturm oder bei Destiny je nachdem 15 Minuten haben wir durch kriegt das Video schnell hochgeladen dann würde ich sagen viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns wieder bei Play Sample